Hallo, willkommen zu unserem Lagerblock vom Freitag. Also, Freitag. Was habt ihr heute dann so gemacht? Wir hatten am Nachmittag und am Morgen haben wir noch die Lübe für den Tanz, von heute Abend. Heute ist der bunte Abend. Und zum Mittag hat es Pizza gegeben und wir haben uns gegenseitig so füttert. Und bei den Staffetten haben wir so ganz verschiedene Staffetten gemacht, also am Anfang haben wir so die Penne im Wasser gehabt. Dann haben wir sie hin und mit der Mauer rausnehmen und dann wieder zurücklernen. Und dann bist du klatschnass. Ja, und beim zweiten Mal haben wir Eppbeere. Dann haben wir Eppbeere zu erstampfen und wir mussten das Ei mit der Stirn einklemmen. Und beim zweiten Mal... Und am Schluss mussten wir noch Schuhguss in den Mehltopfen einkommen. Und dann die so mit der Mauer rausnehmen. Oh nein, aber es ist so ekelhaft. Und ich und Gniff sind im ganzen Gesicht voll Mehl gewesen. Ja, ich... Dann habe ich Wasser gemacht, dann hatte ich alles mit Teig. Ja, du hast so Mehl genommen und dann Wasser reinmischen und dann hast du so quasi Teig gehabt. Und dann oben dann noch eine Schillerstrasse müssen wir machen. Und dann haben wir so müssen mit einer zerfetzten Erdbeere, haben wir dann noch mit einem Löffel so eine Flüssigkeit... Brennstbrit... Nein, das war Brennstbrit. Nein, nein. Es ist so für eine Sorge... Ja, und dann hast du das mit einem Löffel in Leutensacken einkommen. Mit Eppbeere und dann am Schluss hast du noch... Und dann haben sie so durch ein Netzli... Ich glaube, das war verpackt. Was ist das für die Brennsprintheit? Brennsprintheit haben wir noch reingefüllt und dann hat sie so... Dann hat man... warte, wie heisst sie jetzt? Die... 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 die DNA... DNA... Ja, auf Englisch ist es genau DNA... Und auf Deutsch DNA... Ja, das kann sein. Dann hat es sich so komisch angefühlt, dass es so weiss war... Ja, so wie Wul... Wulken... Ja, genau... Ja, wenn man es lange in den Händen hat, ist es halt nicht mehr Sinn... Es ist nicht lange in den Händen... Ja, aber wenn man es so zusammen drückt... Und sie ist giftig... Und ich habe meine Hände nachher... Du bist vergiftet... Ähm, ja und... Heute... aber mich freut mich sehr auf heute Abend, weil ich abgeholt möchte... Ähm... Ich freu mich auf das Herzblatt... Ja... Ähm... Weil für Barda ist das erste Lager... Für mich... Vielleicht... Ja... Für die zweite Lager... Ähm... ja... Also es ist ein Sommerlager... Es ist ein Sommerlager... Ja... Und morgen... Und morgen... Und morgen sind wir noch fertig... Also ja, heute haben wir noch noch packen... Und morgen müssen wir noch alles aufräumen... Putzen... Und dann verlassen wir das Haus... Mann, schade... Verlängert... Verlängert eben... Ja... 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 Ja...